Moin Moin und Grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrasse Montagesysteme. Ich begrüße Sie hier in unserem TTZ Test- und Trainingszentrum Hille und wir möchten Ihnen heute ein Projekt eines Kunden vorstellen, das für uns also eine ganz ganz typische Terrasse ist. Nichts Besonderes. Auch wenn Sie hier sehen, was sind das für Profile. Wir arbeiten ja eben als Vollsortimente auch in solchen Bereichen und der Kunde hat dort an einem Hang in seinem Garten eine Terrasse gebaut. Auf diese Terrasse wollte er oder wird dann, das sehen Sie im Video, Leute, die unseren YouTube-Kanal kennen, wissen, wir machen erstmal die UCPs, den Einstieg, erklären das alles und dann im Grunde genommen gehen wir in den Film rein, zeigen Ihnen die Bilder, dass Sie das verstehen und in dem Fall Terrasse wiederum am Hang. Dann im Garten wollte der Kunde eine Terrasse bauen mit WPC-Dielen, also einer Voll-WPC-Diele und hat dort dann auf dieser Terrasse ein Gartenhaus installiert, eine Gartenhütte und da sind wir natürlich dann entsprechend bei einigen problematischen Punkten. Der erste wäre Hanglage, Rasen, also keine Fundamente vorhanden. Zweitens entsprechende Bauhöhe, also hier fängt das erste Fundament an, da das zweite, haben wir schon mal einen Höhenunterschied, der fast 500 Millimeter ist, damit die Terrasse gerade steht und dann haben wir natürlich die Besonderheit, dass diese Terrasse fast sieben Meter lang ist und vier Meter tief und wir haben die Besonderheit, dass der Kunde dann entsprechend auf diese Terrasse noch eine Gartenhütte bauen möchte. So, also für manche dann schon wieder Ausschlusskriterium, Bodenplatte gießen, aufschütten, Randsteine, Ellsteine setzen, was auch immer, kam für den Kunden gar nicht in die Tüte. Auch in dem Fall wollte der Kunde nicht arbeiten mit Pfosten, einbetoniert, aufgrund wirklich dieser großen Terrasse und der Belastung, die da drauf ist, sondern er hat sich dort, wir zeigen das gleich mal im Bild, das läuft jetzt rein, sogenannter Schraubfundamente bedient. Ja, man nennt diese Produkte Schraubfundamente oder Erdanker oder Bodenhülsen und diese werden dann in den Boden eingedreht und ersetzen damit entsprechende Betonfundamente. Und auf diesem Fundament, wie Sie das in dem Film gleich sehen werden, hat der Kunde dann gebaut als Unterzug, damit er natürlich von diesen Fundamenten, ja, diese Terrasse, ich wiederhole, ist fast sieben Meter lang, ja, wollte ja natürlich wenige dieser Fundamente setzen, weil es natürlich auch immer Aufwand bedeutet. Sie wissen, wir sagen das immer, immer wieder, bitte vorher mit uns in Kontakt treten, bevor Sie tausend von Euros in Fundamente investiert haben, weil in vielen Bereichen, so wie es jetzt der Kunde da macht, benötigen Sie es nicht. Und wir sehen das Projekt ja immer im Ganzen. Das heißt, Vorarbeiten, die vorher schon geleistet wurden, durch Geld, durch Arbeitszeit, durch Aufwand, die können Sie rausrechnen, wenn Sie so bauen wie dieser Kunde. Ja, wenn Sie die Möglichkeiten haben, gefestigte Erde, dass Sie dort solche Schraubfundamente setzen können oder auch Betonfundamente, können Sie eben halt anders arbeiten. So, aber um dann natürlich diese Überbrückung von sieben Metern zu gewährleisten und eben halt das nur mit vier pro Balken. Fundamenten, Schraubfundamenten, da kann man nicht mit kleinen Profilchen arbeiten und mit kleinen Winkelchen, sondern ein Vollsortimenter wie wir, uns ist das egal. Wir sagen es ja immer wieder, egal welcher Belag, egal welche Terrassenform, egal welche Terrassenhöhe, zwei Meter Balkon machen wir nicht, haben wir schon mal gesagt, aber eben halt auch, und das ist das wesentlich Wichtigere, auch in Bezug auf Fundamente komplett unabhängig. Und ich nehme Sie jetzt mal mit zu unserer TTZ-Fundamentwand, wo wir das alles mal ein bisschen aufgebaut haben, weil Sie wissen, TTZ heißt Test- und Trainingszentrum. Das heißt, wir zeigen nicht nur Videos auf unserem YouTube-Kanal, mittlerweile nähern wir uns der 250er-Grenze von Videos und da kommen jede Woche jetzt Videos dazu, wo wir solche Projekte zeigen, um Ihnen als Kunde entsprechend den Eindruck zu geben, die Transparenz, dass sowas ohne Probleme möglich ist, wenn Sie mit Profis arbeiten. Profi, Profimaterial, Profi-Ergebnisse, Sie werden selber zum Profi. Und hier in unserem TTZ können wir Ihnen das zeigen, wir können mit Ihnen trainieren, das zusammen diskutieren und deshalb nehme ich Sie jetzt mal mit. Wie im Einspieler jetzt gerade erklärt, hier auch ganz kurz in unserem TTZ entsprechend sehen Sie auch alles aufgebaut und zwar auch genau diese Situation, über die wir mal reden. Wenn wir Videos drehen für Sie, geht es uns ja nur darum, Ihnen zu zeigen, dass die Flexibilität oder die Möglichkeiten, Aluminiumprofile mit unserem System können Sie befestigen und entsprechend fundamentieren, wie Sie das möchten. Es ist schlichtweg egal, ob Sie an der Mauer, auf der Mauer, auf Pfosten einbetoniert, auf Pfosten auf Punktfundamente, auf Pfostenträgern, an der Wand mit Winkel, nicht mit Winkel, mit Stützwinkel hier, unterstützt von Stelzlager. Ja, wir haben ja viele Filme, wo nicht nur das eine gemacht wird, sondern wo das zusammen gemacht wird, weil das im Grunde eben halt perfekter Terrassenbau ist. Man muss nicht einfach hinnehmen, dass eine Terrassenfläche auf Stelzlagern immer kippelt und wackelt. Dann setzt man eben halt sechs Anker aus dem System selber auf eine Platte und dann ist das System fest und feiern. Man muss nicht damit leben, dass, wenn man auf eine Terrassenfläche tritt, sich im Grunde genommen diese immer nach unten durchbiegt. Es gibt ganz einfache und vor allen Dingen innovative und durch sie verbaubare DIY-Lösungen, um das wirklich, wirklich jedes Fundament oder jede Fundamentanforderung entsprechend realisieren zu können. Und das zeigen wir Ihnen hier an unseren Produkten. Deshalb TTZ, Sie sind herzlich eingeladen. Und von daher, was ich Ihnen nur zeigen wollte, ist, hier haben wir natürlich auch aufgebaut, das, worüber wir heute reden, bei dieser Terrasse. Also im Grunde genommen, der Kunde wollte kein Betonfundament setzen, er wollte keine Streifenfundament setzen. Er wollte auch wegen der Hanglage und der entsprechenden Anforderungen, wie wir es vorhin gerade besprochen haben, eben halt mit einem sogenannten Erdanker, Schraubfundament, Bodenhülse, ja, was man im Grunde immer auch dazu sagt, den haben wir hier auch aufgebaut, in sein System verbauen. Und ich weise darauf hin, ein professionelles Schraubfundament, wie wir es verkaufen oder auch andere Hersteller oder eine Bodenhülse oder eben halt auch so ein Schraubfundament, wie Sie es dort im Video gesehen haben, ist kein Einschlaganker. Ja, also wenn Sie einen Einschlaganker haben, der dann oben eine Aufnahme hat für einen 80er, 90er, 100er Pfosten, den Sie einfach so mit der Erde reinschlagen, der dann mit so einem langen Nagel an der Erde sitzt, damit können Sie das nicht machen. Ja, nur, dass wir uns ja verstehen, weil Sie diese Fundamente ja den Vorteil haben, dass Sie durch diese Drehung und durch diese Länge und durch die Stabilität und natürlich auch fest im Boden sitzen. Ja, das heißt, es sind wirkliche Fundamente. Da werden dann Gerätehäuser draufgebaut, Gartenhäuser draufgebaut, Terrassen, so wie wir sie jetzt gerade sehen, draufgebaut. Das können Sie nicht mit einem Einschlagbodenanker für 3,99 Euro machen. Also das nochmal vorausgesetzt. Und ja, das war es zu unseren Fundamenten. Und wie Sie sehen, so arbeiten wir mit Ihnen in entsprechenden, Sie können alles anfassen, sehen, diskutieren mit uns in unserem TTZ. Ja, liebe Kunden, wie Sie es an unserer Fundamentwand gesehen haben, wird ein Aluminiumprofil nicht immer aufgebaut nur auf Stelzlager, nicht immer nur aufgebaut auf Betonfundamenten. Ja, es gibt auch Schraubfundamente und es gibt eben halt auch einen Mix aus allem, genau wie wir es da zeigen. Und das Schöne daran ist, Sie müssen sich damit gar nicht auseinandersetzen, weil wir beraten Sie im Vorfeld mit solchen Projekten. Und wenn dann die Kunden auch immer wieder fragen, ja, was kostet das so bestimmt teuer? Dann frage ich Sie jetzt wieder, gemessen an was? Was ist denn teuer? Ja, was heißt denn teuer? Was hätte der Kunde da machen sollen? Welche Möglichkeiten hätte er gehabt, dort anders zu bauen, um im Grunde auch diesen Effekt zu haben bei diesen, nochmal, ich wiederhole, sieben Meter mal vier, ja, entsprechende Hanglage, also von, ich sag mal, fast null bis 450 Millimeter hoch und der Aufgabe für uns als entsprechender Lieferant so wenig wie möglich Schraubfundamente. Ja, und da sind wir dann eben halt angekommen bei solchen Profilen hier. Das kann man nicht mit 80 Millimeter, 40 oder was auch immer machen, sondern da brauchen Sie eben halt unsere Alu-Vario-Serie. Und ich habe mal zwei aus dieser Alu-Vario-Serie hingelegt. Gebaut hat der Kunde mit unserem 160er-Profil. 160 hoch, 110 Millimeter breit. Und damit können Sie, wir bauen daraus ja auch Poolabdeckungen, können Sie natürlich entsprechende Übertragungen bis fast zu neun Meter überbrücken. Man muss immer wissen, eine Terrasse so wie da hat natürlich völlig andere Auflasten als ein Pooldeck. Beim Pooldeck reden wir immer von 160 Kilo pro Quadratmeter. Da ist es eine Terrasse, also reden wir von 500 Kilo pro Quadratmeter. Und wir reden davon, dass da noch ein Haus draufsteht, wo auch mal Schnee draufliegen kann. Ja, und dann kommen ein paar Leute dazu und so weiter. Also von daher völlig andere Bauweise. Sowas hier oder eben halt noch im Extremfall haben wir auch schon Anlagen gebaut, werden jetzt auch Filme kommen, mit unserem sogenannten Profil Pro, auch von Alu-Vario. 240 Millimeter hoch, 110 Millimeter breit. Sie sehen ja auch mal, dass wir unsere Systeme koppeln. Ja, das heißt, es ist egal, ob Sie sieben Meter, acht Meter, neun oder zehn wollen. Das wird ja nicht in zehn Meter Stangen zu Ihnen geliefert, sondern das können wir über unser Kopplungssystem koppeln. Und wie Sie sehen, sind die Kopplungen, die wir dort einsetzen, da sehen Sie mal allein von der Wandstärke her, doppelt, also fast doppelt so dick wie das Profil selber. Das heißt, wenn Sie davon entsprechend zwei Meter, vier Meter, also je nachdem, was Sie koppeln wollen, welche Belastung, haben Sie im Grunde fast keinen Wiegeverlust. Ja, also kommt bei uns, wir setzen das ein für die Pooltechnik, ja, also für die fahrbaren Poolabdeckungen und natürlich eben halt auch für die Terrassen. So, also in dem Fall hat der Kunde gebaut mit dem 160er, hat es dann an seine Schraubfundamente oder auf seine Schraubfundamente an denen befestigt, auf wie gesagt knapp sieben Meter, mit einer entsprechenden Kopplung, gar kein Problem, es ist nun mal so. Und dann hat er bezüglich der Verlegerichtung mit einem kleineren Profil von uns, einem 4523 wegen der Aufbauhöhe, entsprechend eine Konterlattung gesetzt und darauf hat er dann die Dielen befestigt. So, die Dielen befestigt, darauf dann das Terrassen, seine Hütte gebaut und somit eben halt ein extrem interessantes Ergebnis gehabt, erreicht, Respekt lieber Kunde und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an, folgen Sie mir auf die Baustelle des Kunden und sehen Sie sich an, was der Kunde aus professioneller Montagesystemtechnik von uns für Sie und wir für den Kunden geplant gebaut hat. Tolle Umsetzung lieber Kunde, Respekt, viel Spaß damit, folgen Sie mir auf die Baustelle. Die Baustelle, 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 die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020